Näher kann man spawnen, das ist aber halt Glückssache. Und bevor ich jetzt mich dreimal lange umbringe, das dauert ja auch einen Moment, dann lieber 5 Minuten durchrennen, ne? Das ist echt so nah. Direkt zur Leiche, das wäre mein Plan, ja. Das wäre sofort mein Plan. Dann kommt auch schon, Dude. Rubberbending, yes. Kleine Boxkampf noch zwischendurch. Ja, da ist immer viel Zeit. Hello, my friend. Hello, what's up, my friend? Can we do a little Boxfight for my viewers, please? I will not kill you, I will not kill you. Only Boxing for fun, I swear. I go, yes, okay, round one, come on, dude. Fight, my friend. Just kurz, just a short time. Yes, 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 you're a good guy, you're a good guy. Come on, ow, ow, I think I will go down, I think I will go down. Where are you, where are you? Oh, oh, there you are. Okay, one, two, three, you're out. Nice to see you, nice fight. Good, good, good game. See ya. So, das musste sein. Kleiner Boxkampf geht immer, ne? Just kurz, ne? Lauf zur Leiche. Doch, deshalb spiele ich das Spiel. Ich mag das. Da konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen. Wer hat denn Kleidchen an außerdem? Kill ihn. Nein, 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 nein. Killen braucht man ihn nicht. Guck mal, der war total freundlich, der Kerl. Einmal gefragt. Super nett. So muss das laufen. Das ist Daisy. Ich hab's immer noch drauf, oder? Wo sind eigentlich die Box-Emotes, Dudes? Ich will hier Box-Emotes sehen. Spam die Box-Emotes. Klau ihm seine Klamotten. Nein. Es sieht. Nein. Nehmen wir seine Unterhose. Vielleicht. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Das hab ich früher nur gemacht, ne? Nur Bambi-Boxen. Das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß.